Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal Leute. Ja heute ist ein Unboxing. Wie ihr vielleicht schon den Titel gesehen habt, ja es geht um eine neue Assassin's Creed Figur für meine Sammlung. Ja Leute, ihr wisst ja, ich bin eine Figur, was Assassin's Creed angeht. Von Assassin's Creed habe ich schon Bayek und Siva, habe ich früher mal anbocken gemacht. Aber dieses Video gibt es nicht mehr Leute. Dann habe ich auch noch Far Cry, das gab es auch. Gibt es das sogar noch? Nein, ich glaube nicht. Okay, egal. Und wie ich gehe davor habe ich auch. Ja, wird es schon bald. Mal wacke mich anrufen und mal gehen mehr, wenn ich es so leid habe. Ja, und jetzt kommen wir doch zu unserem... Okay, das habe ich heute nach Hause bekommen. Vor der Tür gefunden. Nice, oder? Ja, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Okay. Ja Leute, verklebt wie Sau. Mal gucken. Wenn ihr mehr Relife Scheisse sehen wollt, Like da lassen, Lassen Abo da. Ja, ich will irgendwie Content noch ein bisschen aufcampen Leute auf meinem Kanal. Und zwar nicht nur mit Gaming, sondern auch Relife. Das wird in der nächsten Zeit geil Leute. Wenn ich dann auch ein Vorfeld gehabt habe, was ich in der nächsten Zeit für Relife Videos bringen soll, oder auch Formate. Schreibt es mir gerne in die Kommentare Leute. Weil ich hätte wirklich Bock mehr Relife verbringen zu können. Aber eben. Vlogs ist doch gut und recht. Aber ich habe nicht in irgendeinem Bock nur Relogs hochzuladen. Ich mache es gerne für euch. Das ist kein Ding. Darum habe ich mir so eine Kamera geholt. Aber eben. Wie gesagt. Wenn ihr die Themen habt, was für Relife Scheisse ich noch bringen kann. Ich habe gerade noch kein Plan, was ich bringen soll. Und du Scheiss, warum bist du schon so gut geklebt? Ja. Ey Alter. Ja noch etwas mitschneiden. Das wird jetzt das Beste gewesen. Das beste Fail dieses Jahr. Bruh. Alter Kopf. Junge. Ja Leute. Wir haben ja schon fast die 1K auf diesem Kanal. Darum. Teilt den Kanal mit euren Freunden. Sie sollen meinen Kanal mal abchecken. Wenn ihr neue seid. Hört mich. Mega nice. Folgt mir auch gerne. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich verarschen? Geht mir gerne auch auf Twitter folgen. Link ist in der Beschreibung. In eine Kiste ist eine zweite Kiste. Wollt ihr mich eigentlich auch nah nehmen? Das ist ein Frank jetzt. Da ist dann plötzlich gar nichts drin. Ah ah ah. Ups. Scheisse. Ah hier ist es fast. Noch drei. Hä was war das jetzt für eine Verarsche? LOL. LOL. Ah nur Scheisse. Nice. Irgendwie möchte ich gerne auch mehr Videos mit Auftreffen in sechs Jahre weiter. Aber ich habe keinen Plan für Auftreffen. Das ist das Problem. Sonst habe ich schon lange mal Videos gebracht. So geil denn. Mit Auftreffen kann man so geil. Ach du Scheisse. Nicht die Figur, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Nein. Nicht die, oder? Tschisch. Es ist die. Es ist die. Yes. Digga. Nein. Nein. Alter. Oha. Scheisse. Alter. Vater. Ken hat er runtergenommen. Ja. Die Figur von Assassin's Creed Syndicate. Das sieht so aus. Und dann. Das ist die ganze Überschränkung von denen. Da ist auch noch sowas drin. Ja. 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 Öffnen wir das mal. Ja. 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 Ich hoffe man sieht es perfekt. Ich habe jetzt eine neue Position für 3 Videos gehabt. Ach Scheisse. Ich wollte ja noch ein paar Seiten für die Figur. Scheisse. Wie. Alter. Die ist geil. Leute. So sieht sie jetzt schon aus. Ob das kann man ja machen. Ob das kann man ja machen. Oh. Ja. Die sind verkehrt drin. Ich habe ja gar nicht das Gefühl. Ja. Ist sie. Ja. Moment Leute. Ah. Du spielst schon zu mir an. Das ist schön. Ja Leute. So. Sieht das Ganze. Aus. So sieht das Ganze aus. Aber natürlich. Die Figur sieht so nice aus Leute. So geil. Ne. Wirklich. Ja. Geil. Wirklich. Mega nice. Geile Figur Leute. Wirklich. Ja. Und dann würde ich ein bisschen schnell sagen. Was ist das eigentlich. Von. Unboxing. Zur. Assassin's Creed. Juni. Der Syndicate meine ich. Figur. Wester. Jacob. Fry. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben da lassen. Lasst mir ein Abo da. Und dann sind wir uns. Beim neuen Video Video. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und ciao.